Das erweiterte Universum von The Big Bang Theory geht weiter. Aber wie wird die Familie in der neuen Spin-Off-Serie mit dem schockierenden Tod am Ende von Young Sheldon umgehen? Der Tod eines Elternteils ist ein hartes Stück, wie Sheldon Cooper im Finale von Young Sheldon erklärt. Und er ist nicht der einzige Cooper, der mit seiner Trauer fertig werden muss. Die Zuschauer des neuesten Spin-Offs können erwarten, dass George Cooper und seine Frau Mandy mit den anhaltenden Folgen des Todes von George Sr. fertig werden. Aber erwarten sie nicht, dass diese Trauer die ganze Serie verschlingt. Der ausführende Produzent Steve Holland sagte gegenüber Entertainment Weekly, Es ist definitiv ein Teil der Show und ein Teil seines Charakters. George ist immer noch dieser fröhliche, heitere Optimist, aber er hat diesen kleinen Schmerz, der immer noch da ist. Wenn die neue Serie beginnt, ist seit dem Tod der Figur in Young Sheldon nicht viel Zeit vergangen. Das wird definitiv Auswirkungen darauf haben, wie jeder versucht, den Tod von George Sr. hinter sich zu lassen, da die Show etwa zwei Monate nach seinem Tod startet. Fans können davon ausgehen, dass dieser kurze Zeitraum in Kombination mit Georgies Schwur für seine Familie zu sorgen, den fröhlichen Teenager beeinflussen und ihn dazu bringen wird, während der ersten Staffel von Georgie und Mandy einige entscheidende Schritte in Richtung Erwachsensein zu unternehmen. Georgie und Mandy Cooper. Ich gehe zum Barbecue in ihrer Haus. Georgie Cooper soll nach dem Tod seines Vaters zum Patriarchen der Familie werden. Und die neue Sitcom scheint diese entscheidende Veränderung in seinem Leben nachzuzeichnen. Es sieht so aus, als würde sich seine Geschichte um Ausgewogenheit drehen. Steve Holland sagte gegenüber EW, Ich glaube, er hat seinem Vater im Finale von Young Sheldon versprochen, dass er sich um alle kümmern würde. Und ich glaube, er nimmt diese Verantwortung ernst. Er hat also eine neue Frau, ein Baby, Schwiegereltern, eine Mutter, die trauert, eine Großmutter, die noch in der Stadt ist. Und er hat auch eine Schwester im Teenager-Alte, die mit ihrer Situation vielleicht nicht so gut zurechtkommt. Er hat also eine Menge zu tun. Das bedeutet also, dass Missy Cooper, Mutter Mary und Mima alle einen gewissen Einfluss auf Georgies Familienleben und seinen Selbstbild als Erwachsene haben werden. Wir wissen bereits, dass alle drei Young Sheldon-Darsteller irgendwann während der ersten Staffel von Georgie in Mandys First Marriage zurückkehren werden, obwohl sie keine Stammgäste in der Show sein werden. Während dies die Art und Weise beeinflussen könnte, wie die Geschichte erzählt wird, ist es möglich, dass die wenigen Auftritte der Charaktere helfen könnten, Georgies tiefes Verantwortungsgefühl ihnen allen gegenüber zu erklären. Und die Bitterkeit, die seine Beziehung zu Sheldon trübt und sie letztendlich entzweit, bis Sheldon in Big Bang Theory selbst heiratet. Nur die Zeit wird zeigen, wie das alles zustande kommt. Und die Fans werden es herausfinden, wenn Georgie und Mandys First Marriage am 17. Oktober Premiere hat.